hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf camp life days ich freue mich dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich für euch mal wieder ein kleines picture review zusammengestellt und zwar über das camping ressort in bodenmais wie immer ohne viele worte dafür aber mit vielen schönen bildern über den platz und die region und selbstverständlich folgt demnächst auch noch eine ausführliche vorstellung des platzes aber bis dahin lasse ich euch mit den bildern erst mal alleine wünsche euch viel spaß mit dem video und bis dahin ich wünsche euch was macht es gut ciao ciao und 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.